Perl TV Schön, dass Sie dabei sind beim Perl TV Energieratgeber. Und Sie sehen es ja schon, es geht selbstverständlich um Solaranlagen. Und zwar, die wir privat nutzen können. Und dann hört man immer so Begriffe wie zum Beispiel On-Grid und Off-Grid. Und da weiß man nicht genau, wie kann ich das zuordnen und vor allem, was ist das Richtige für mich. Wir haben zwei so Anlagen für Sie da, also zwei Varianten. Einmal On-Grid, also parallel zum öffentlichen Netzbetrieb und einmal Off-Grid auf dieser Seite. Und das heißt autark, sogar als eigene Strominsel ohne fremde Hilfe zu betreiben. Und Ingo wird Ihnen jetzt genau erklären, was für Sie die richtige Solaranlage ist. Weil wir wissen alle, Solarenergie ist die Energie der Zukunft und da sollten wir doch alle mitmachen, oder Ingo? Ja, werden Sie Teil der Energiewende, kann ich dazu nur sagen. Weil Sie einerseits natürlich dadurch grünen Strom erzeugen, klimaneutral, CO2-frei. Aber vor allem können Sie auch jede Menge Geld sparen. Und wenn Sie so eine Solaranlage mal aufgebaut haben, das steigert ja nun auch den Wert Ihrer Immobilie, möchte ich mal sagen. So wie beim Autokauf, wenn man Autoradio kauft mit DAW Plus. Das steigert den Wiederverkaufswert, wenn man im Gegensatz zu einem, was nur UKW kann. Wir fangen an mit einer sogenannten On-Grid-Anlage. Und du hast das ganz richtig gesagt, Ralf. On-Grid bedeutet parallel zu meinem Netzbetreiber. Das heißt, von meinem Energieversorger wird hier parallel dazu benutzt. Und da haben wir die erste Anlage hier. Sie bekommen zwölf dieser Solarpanel. Wir haben hier mal zwei aufgebaut. Das sind übrigens hochmoderne Solarpanel. Das sind hier diese flachen Solarpanel, ganz, ganz einfach. Und Sie bekommen den Wechselrichter. Das ist alles sehr gute Qualität. Der Wechselrichter ist komplett aus Metall, dass Sie auch lange was davon haben. Der Wechselrichter hier ist das Kernstück im Prinzip. Und an den schließen Sie jetzt diese zwölf Solarpanel an. Und damit erzeugen Sie jetzt knapp 5000 Watt Strom. Und 5000 Watt ist schon eine ganze Menge. Also bei mir zu Hause, ich wüsste nicht, wie ich 5000 Watt Strom benutzen könnte. Vielleicht, wenn ich alle meine Geräte gleichzeitig benutze. Das ist so mal so eine Hausnummer ungefähr. Und den Strom, den Sie hier erzeugen, können Sie sofort benutzen. Das wird an Ihr Hausnetz mit angeschlossen. Und dann wird dieser Strom eben zuerst benutzt, bevor der teure Strom von meinem Energieversorger benutzt wird. Mit 5000 Watt habe ich da ein ganz schönes Polster, sage ich mal, was ich jetzt eben benutzen kann. Und der Clou hier dran ist, die 5000 Watt, die der hier liefert, wenn ich die nicht ganz benutze oder vielleicht auch nur die Hälfte davon benutze, aller überschüssiger Strom, der hiervon erzeugt wird, weil wir ja mit dem Stromnetz verbunden sind, geht zurück in das Stromnetz. Und den Strom kann man dann nämlich an seinen Energieversorger verkaufen. Man bekommt hier also eine Anlage, mit der man tagsüber, solange die Sonne scheint, solange Tageslicht da ist, seinen eigenen Strombedarf decken kann. Und den überschüssigen Strom, den ich nicht benutze, den kann ich an meinen Energieversorger verkaufen. Das ist mal ein Bild, wie diese zwölf Solarmodule hier eben aufgebaut sind. Sie sehen das. Wir haben hier eine Fläche, so von knapp 20 Quadratmetern, würde ich mal sagen, die man dann eben auf dem Dach anbringen kann oder egal wo. Das wird mit dem Wechselrichter verbunden. Und das ist jetzt der Clou hier dran. Das können Sie selber machen. Ja, jetzt denken Sie selber machen, ich brauche doch ein Uni-Diplom dafür. Ich muss eine Solartechnikerausbildung haben. Nein, brauchen Sie nicht. Diese Solarpanel werden ganz einfach ineinander gesteckt. Die haben Kabel dran, die steckt man zusammen. Und die gehen dann in diesen Wechselrichter rein. Das können Sie selber machen, den Wechselrichter anbauen. Der letzte Schritt, dann dieses Netz, dann was eben von diesem Wechselrichter wieder zurück zu Ihrem Netzbetreiber geht. Das lassen Sie bitte einen Elektrofachbetrieb machen. Aber das ist eine Sache, die eben relativ flott geht. Da muss man nicht jetzt Tausende von Euro nochmal dafür ausgeben, um das eben selber, das kann man eben selber hier installieren. Das ist der Vorteil hiervon. Sie bekommen das Ganze auch versandkostenfrei. Überlegen Sie mal zwölf dieser Solarpanel. Das ist ein ganz schönes Paket. Wir schicken Ihnen das versandkostenfrei. Das ist ein ganz schönes Paket. Hier sehen wir das mal. Das ist richtig Speditionsware. Das kann nicht einfach so ein, ja, so ein Bote irgendwie bringen. Da kommt ein richtiger LKW zu Ihnen und liefert das bei Ihnen vor der Tür ab. Sie brauchen dafür aber nichts zu bezahlen. Viele Anbieter haben eben auch Solaranlagen. Da ist dann immer ein kleines Sternchen hinterm Preis, zuzüglich Versandkosten oder Lieferkosten. Da wird gerne nochmal zugelangt, nochmal mit 200, 300 Euro. Sie bekommen hier beste Qualität, diese Fullscreen-Solarpanel, so heißen die, die eben auch hier keine Rahmen mehr dran haben. Das heißt, wenn da mal Dreck oder Schnee oder irgendwas draufkommt, das rutscht dann einfach runter. Wie gesagt, die Kabel davon stecken Sie ganz einfach hier in diesen Wechselrichter rein. Der Wechselrichter hat sogar hier ein WLAN-Modul. Das ist auch nochmal eine Sache, wo viele Anbieter auch nochmal extra Geld für nehmen. Das ist hier schon mit dabei, womit Sie dann auch immer mit einer App sehen können, und zwar weltweit, wie viel Strom ich jetzt gerade erzeuge, wie viel Strom ich jetzt an meinen Netzanbieter zurückverkaufe. Und mal ganz ehrlich, das ist im Prinzip, ist das eine Gelddruckmaschine, weil ich jetzt etwas produziere, was ich verkaufen kann. Und das ist der Solarstrom, den ich hier mit meinen Solarpaneln eben erzeuge. Die Energie, die vom Himmel kommt, kostet nichts. Die Anlage kostet Geld, aber danach, jedes Watt, was ich erzeuge, kostet mich gar nichts mehr. Ja, du sagst gerade, die Anlage kostet Geld, aber man kann jetzt so viel sparen wie noch nie. Richtig. Es gibt ja das neue Jahressteuergesetz und man kann unter den richtigen Voraussetzungen mit 0% Mehrwertsteuer bestellen. Ingo, wann ist das denn so? Ja, wir haben mit dem Jahressteuergesetz 2022 haben wir jetzt die Möglichkeit, diese Solaranlagen tatsächlich auch noch mit 0% Mehrwertsteuer zu bestellen. Entweder wie bisher mit 19% Mehrwertsteuer oder 0%. Das hängt von der Anwendung ab. Wir haben da auch eine kleine Grafik, die kommt vielleicht auch gleich nochmal, aber generell, wenn wir die 19% Mehrwertsteuer nehmen müssen, bedeutet das, wir haben das gewerblich genutzt, wir haben das mobil benutzt, wir haben das vielleicht im Schrebergarten benutzt. Das sind ja auch alles veritable Anwendungsgebiete. Hier sehen wir das übrigens mal. Oder wenn ich es an einem Gebäude im Ausland, wenn Sie vielleicht eine Ferienwohnung irgendwo haben oder ein Ferienhaus, kann ich das da anbauen. Die 0% Mehrwertsteuervariante, und das wird wohl für die meisten zutreffen, ist, wenn Sie das privat nutzen, an Ihrem privaten Wohngebäude, oder angrenzenden Objekten. Und da gehören eben die Garagen dazu, die Gartenhäuser, die Carports, all diese Sachen gehören dazu. Und die Gesamtleistung, die 30.000 Watt nicht übersteigt. Wir zeigen Ihnen gleich nochmal Pakete mit mehr Solarpanels. Ich würde tatsächlich die Größe nehmen, die bei mir aufs Dach passt. Mit dieser Anlage haben Sie eine Anlage, die Ihnen Strom liefert, während der Sonnen- bzw. Tagesstunden. Und Sie können Strom produzieren, den Sie weiterverkaufen. Also eine absolute Win-Win-Situation, abgesehen davon, dass eben so eine Solaranlage tatsächlich absolut im Trend ist. Sie sind Teil der Energiewende und können richtig Geld sparen. Und hier nur nochmal zur Übersicht. Wir haben hier eine Strecke von den zwölf Solarpaneln mit einer Länge von knapp 14 Metern oder fast 24 Quadratmetern. Nur das mal zur Größeneinordnung. Hier sehen wir die beiden Varianten, die wir gerade eingesprochen haben. Je nachdem, was für Sie in Frage kommt, wählen Sie bitte die Bestellnummer. Mit 19% Mehrwertsteuervariante ist das ZX 3411 und die 569. Und bei der meist wahrscheinlich eintreffenden 0% Mehrwertsteuervariante ist es die MB 1115 und die 569. So, jetzt haben wir dann nachher eine größere mit 24. Jetzt sagt aber der eine, ja, Platz, ich habe mehr Platz als zwölf Solarpanel, aber 24 passen bei mir damals auch noch eine Lösung. Ja, ganz genau. Sie können diese vier Solarpanel, die wir Ihnen jetzt als Paket nochmal zusätzlich anbieten, noch dazu bestellen, wenn Sie meinetwegen 20, 16 Solarpanel bei sich aufs Dach kriegen. Wie Sie das rauskriegen, ist im Prinzip nicht so schwierig. Sie machen ein Foto von Ihrem Dach, also so würde ich das machen und dann mal so grob ranzeichnen, die Solarpanel, wie viel passen da rauf. Und dann kann ich eben auch sehen, wenn hier mal ein Fenster ist, wenn hier mal so ein Giebel ist, das kann ich dann schon mal so grob abschätzen. Da kriege ich schon mal so eine ungefähr Zahl, wie viel Solarpanel ich auf mein Dach bauen kann. Je mehr Solarpanel Sie anbauen, desto mehr Strom können Sie selber erzeugen. Es gibt sogar Webseiten, hier sehen wir das gerade einmal, bei rechnerphotovoltaik.de. Die machen sich Daten von Google Earth zunutze. Da kann man die Adresse eingeben und dann sagen die einem eben die Fläche des Daches ungefähr. Und da kann man dann schon gut abschätzen, wie viel da rauf kommt. Hier sehen wir das übrigens sehr schön. Das würde hier natürlich auch Sinn machen, das auf die südgewandte Seite, die helle Seite des Dachs rauf zu machen. Ziehen Sie dann noch eben Ihre Giebel, Ihre Dachfenster, was Sie drauf haben, ab. Je mehr Solarpanel Sie drauf haben, desto mehr Strom können Sie erzeugen. Mit den zwölf können Sie annähernd 5000 Watt erzeugen. Wenn Sie 16 oder 20 nehmen, dementsprechend mehr. Also jetzt das Vierer-Set zusätzlicher Solarpanels eingeblendet. Denken Sie bitte daran, mit diesen vier Solarpanels alleine können Sie nichts anfangen, weil man braucht immer einen Wechselwandel. Also das sind zusätzliche Solarpanel. Auch hier gilt wieder die 19 oder die 0% Mehrwertsteuervariante, so wie Sie die Hauptanlage bestellt haben. So bestellen Sie jetzt auch die Zusatzpanel. 19% Mehrwertsteuer ist die ZX3410 und die 569, die Bestellnummer bei der 0% Mehrwertsteuervariante, die MW1114 und die 569. Jetzt werden wir noch größer. Wir haben 24 Pendels. Das ist jetzt mal eine richtige Fläche. Also eigentlich das Doppelte wie die erste Anlage. Ja, damit können wir jetzt bis zu annähernd 10.000 Watt erzeugen. Und das macht dann schon mal richtig Sinn, weil dann kann ich richtig große Mengen Strom weiterverkaufen. Und das ist der Sinn von diesen On-Grid-Anlagen, dass ich den Strom, den ich tagsüber brauche, selber erzeuge und zusätzlich eben auch noch den Strom, den ich nicht brauche, von meinem erzeugten Strom weiterverkaufen kann. Ja, und auch hier gibt es natürlich entsprechend zwei verschiedene Bestellnummern. Einmal mit 19% Mehrwertsteuer, einmal mit 0% Mehrwertsteuer, 19%. Das wäre die ZX 3412 und die 569 und die 0% Mehrwertsteuervariante wäre die MW1116 und die 569. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Platz habe ich auf meinem Dach oder dort, wo ich die Solarpanel geplant habe. Hier hätten wir jetzt eine knappe Fläche, wenn alle nebeneinander steht, von knapp 28 Metern und 45 Quadratmeter. Und wer noch ein größeres Dach oder Stellfläche hat, hier haben wir jetzt das Maximum für unseren Inverter und das liegt bei 34 dieser Solarpanel. 34 ist das Maximum an Strom, was unser Inverter aufnehmen kann von den Solarpanels. Der Inverter ist überall der gleiche, das heißt, der ist auch erweiterbar dementsprechend. Richtig gute Qualität hier von Renac. Das ist eben ein Gerät, was Sie auch über Jahre hinaus benutzen können. Das ist richtig gute Qualität. Wie gesagt, mit dem WLAN 34 ist das Maximum an Solarpanels, was dieser Inverter eben verarbeiten kann. Und auch hier sage ich Ihnen beide Bestellnummern nochmal. 19% Mehrwertsteuervariante, also ganz grob gesagt, werblich oder mobilen Einsatz. ZX 3413 und die 569 zu Hause an Wohnräumen oder angrenzenden Gebäuden. Die 0% Mehrwertsteuervariante mit der Bestellnummer MW1117 und die 569. Aber ich mutmaße mal, dass für die meisten eben diese Solaranlage mit den 12 Panels in Frage kommt. Und deshalb zeigen wir Ihnen die jetzt eben auch nochmal. Nochmal, Sie können die selber installieren bis zu einem bestimmten Grad. Den letzten Schritt müssen Sie einen Elektriker machen lassen. Sie bekommen hier 12 dieser Solarpanels. Wir haben Ihnen das Paket gezeigt. Das ist richtig viel, ja es ist richtig Speditionsware, die Sie selber anbauen können. Das ist die On-Grid-Solaranlage, die wir Ihnen hier zeigen, eben mit den 12 Solarpanels. Ja, zu Off-Grid kommen wir nachher, weil es jetzt eingeblendet ist. Das ist unabhängig vom Netzbetreiber. Wir sind im Moment parallel und das kommt jetzt zum Netzbetreiber. Das heißt, der Überschuss wird verkauft. Müssen Sie natürlich dementsprechend noch einen Vertrag abschließen mit Ihrem Netzbetreiber. Aber ich glaube, im Schnitt liegen im Moment die Preise, so habe ich gehört, ich will mich jetzt nicht festlegen, dass du einen 9 Cent kriegst pro Sonne oder pro Kilowattstunde, die erzeugt wird durch die Sonne. Und das kostet mich ja nichts zusätzlich, sondern ich verkaufe es einfach nur und das ist genial. Und du hast vorhin gesagt, werden Sie Teil der Umwechslung auf erneuerbare Energie. Ja, Teil der Energiewende. Plus, Sie haben eben jetzt eine eigene Solaranlage. Sie müssen nicht mehr neidisch auf Ihre Nachbarn gucken, die das vielleicht schon installiert haben. Ich kenne das auch. Man fährt an diesen Häusern vorbei und denkt, Mensch, der ist clever. Der macht seinen eigenen Strom und braucht nicht den teuren Strom von seinem Energieversorger zu bezahlen. Das ist die Energiewende hier auf erneuerbare Energien. Sie können Ihr eigener Stromproduzent werden und diesen Strom eben auch noch selber benutzen hier. Hier sehen wir mal, wenn die alle aneinandergelegt werden, sind das 13,5 Meter in der Breite. Aber natürlich können Sie die aufteilen, wie Sie wollen. Vielleicht in zwei Reihen, vielleicht in drei Reihen. Je nachdem, wie die Fläche Ihres Dachs ist. Sie bekommen den Wechselrichter, der auch eben dafür gemacht ist, Jahre hinaus Ihnen diesen Strom zu geben. Der speist den überschüssigen Strom, den Sie nicht benutzen, dann eben zurück zum Energieversorger. Und damit können Sie dann tatsächlich nochmal richtig Geld verdienen. So, das war unsere On-Grid-Anlage. Und um das nochmal zu übersetzen, sinnlich übersetzt heißt es eigentlich am Netz, also parallel zum öffentlichen Stromversorgen. Und jetzt kommen wir zur Off-Grid-Variante. Und eine Off-Grid-Variante heißt, und das ist für viele auch ein Traum, ich baue meine eigene Strominsel. Eine einsame Insel in der Südsee, die gibt es nicht, aber eine Strominsel. Und das heißt, man kann hier sich eben autark, ohne parallel zu einem Netzbetreiber zu arbeiten, mit Strom versorgen. Hier sehen wir mal Pro und Contra On-Grid. On-Grid funktioniert nicht bei Stromausfall. Das ist wichtig. Das funktioniert bei Off-Grid-Betrieb ohne zusätzlichen Speicher. Ist bei On-Grid möglich. Bei Off-Grid brauchen wir einen unabhängiger Stromkreis. Nein, bei On-Grid. Bei Off-Grid ja zu 100%. Einspeisung ins Netz. Ja, bei Off-Grid nein. Und Hybrid-Auto laden. Das kann man, also wirklich Hybrid, ganz wichtig, das kann man mit beiden Anlagen. Dann könnte man sein Hybrid-Auto auch kostenlos mit Strom voll tanken. Und jetzt haben wir hier Off-Grid-Anlagen. Das sind genauso beeindruckende Solarparks, die wir haben. Aber jetzt eben, um sich Strom unabhängig zu machen, seine Strominsel zu bauen, in letzter Instanz. Ja, was Sie bekommen, sind sechs dieser großen Solarpennel. Solarpennel, die Hanna steht hier gerade, das ist schon mal sehr, sehr beeindruckend. Sechs Stück davon, das ist das Original-Panel, was Sie bekommen. Und Sie bekommen diesen Hybrid-Inverter. Und der ist im Prinzip das Herzstück dieser Anlage, der managt den Strom für Sie. Auch dieses hier ist wieder eine Anlage, die Sie selber anbauen können. Sie können alles bis zu diesem Hybrid-Inverter selber bauen, selber anbringen. Das sind ganz einfache Steckverbindungen. Den letzten Schritt dann, den mit Ihren Hausgeräten zu verbinden, das sollten Sie tatsächlich dann wieder einen Elektriker machen lassen. Aber wie funktioniert so ein Hybrid-Inverter? Weswegen haben wir eine Insellösung? Ganz einfach. Dieser Hybrid-Inverter nimmt den Strom von der bestmöglichen Stromquelle. Das heißt tagsüber natürlich den Strom von den Solarpenneln. Während diese Solarpanel in diesen Hybrid-Inverter reinlaufen, kann der Strom, den ich überschüssig produziere, ich bin ja nicht die ganze Zeit zu Hause tagsüber, der macht ja viel mehr Strom, als ich benutzen kann. Hier haben wir sechs 380 Watt-Panel. Das heißt, wir kommen auf 2280 Watt-Leistung mit diesem Panel. Den überschüssigen Strom kann ich optional dann in Energiespeicher tun. Und damit steht mir jetzt auch nachts, beziehungsweise wenn die Sonne nicht scheint, wenn kein Tageslicht ist, Strom zur Verfügung, im Gegensatz zu dieser On-Grid-Anlage. Ich habe hier also die ganze Zeit Strom. Wenn der Stromspeicher alle sein sollte, habe ich die Möglichkeit, erst dann, und zwar wirklich erst dann, den teuren Strom meines Energieversorgers zu nehmen. Oder ich kann sogar einen Generator anschließen, wie wir es hier gemacht haben. Wenn ich den Generator anschließe, dann habe ich eine komplette Off-Grid-Anlage, eine komplette Insellösung. Ich bin ja mit keinem externen Stromversorger verbunden. Ich mache meinen eigenen Strom und zwar zu 100 Prozent. Das sind diese Hybrid-Inverter, diese Inselanlagen, wie du gesagt hast, Ralf. Man kann sich das vorstellen, das hier alles auf einer Insel und ich habe trotzdem Strom. Ich habe ja keinen Strom, der jetzt irgendwie von außen kommt. Wenn ich das mit den Speichern mache, wenn ich das mit dem Generator mache, kann ich mich selber mit Strom versorgen. Und das eben hier durch die Kraft der Sonne, dann durch die Energiespeicher und erst dann, wenn das wirklich alle sein sollte, dann kann ich tatsächlich noch einen Generator anschließen. Also es ist eine ganz, ganz fantastische Lösung. Ist natürlich auch wichtig im Falle eines Stromausfalls. Wir haben das Diagramm da eben gesehen. Damit sind Sie dann auf der sicheren Seite. Hier sehen wir mal diese Solarpanel, die wir Ihnen hier geben. Auch das wird Ihnen wieder kostenfrei geliefert natürlich. Und jetzt ganz ehrlich, das ist eine Solaranlage, die eben nicht 10, 20, 30, 40.000 Euro kostet, sondern schauen Sie sich unseren TV-Sonderpreis an. Hier 2.235,28 Euro mit der 0% Mehrwertsteuervariante. Und dann eben kommen noch ein paar Kosten für den Elektriker dazu, der das dann mit Ihrem Hausstrom verbindet. Aber das ist ein Bruchteil davon, was jetzt so eine komplette Solaranlage eben kosten würde. Und deshalb sind diese Anlagen so beliebt bei uns. Wir haben die jetzt, Ralf, korrigiere mich, vier Monate im Programm sowas? Ja, und unglaublich hohe Nachfrage. Liegt aber auch daran, viele haben sich Angebote machen lassen. Und wenn ich dann mal nur die Montagekosten in dem Angebot sehe, ich habe da welche gesehen, da sind nur die Montagekosten bei 4.000, 5.000, 6.000 Euro. Genauso viel wie die ganze Anlage. Ja, bei uns ist die Anlage günstiger. Und hier kann man den Großteil selber machen. Und Sie können sogar neue Stromkreise schaffen. Angenommen, Sie haben jetzt ein Gartenhaus, was stromlos ist. Auf Ihrem privaten Wohngelände ist es ein angrenzendes Gebäude. Jetzt können Sie dort Ihren eigenen Stromkreis aufbauen. Über Solar, über Speicher, in letzter Instanz dann natürlich über einen Generator, um die Versorgungslücken noch zu schließen. Aber dann haben Sie Ihre eigene Strominsel. Und dann ist es auch egal, ich übertreibe jetzt mal wieder, wenn um Sie herum die Welt untergeht, Sie haben trotzdem noch Strom, weil Sie hier eben die Möglichkeit haben, eine komplette Eigenversorgung hier stattfinden zu lassen, also sich Ihre Strominsel zu bauen. Was Sie hier bekommen, sind die Solarpanel, die Kabel und der Hybridinverter. Das Optionale, was Sie dann auch noch zusätzlich kaufen können, beziehungsweise ich würde sogar sagen sollten, ist der Stromspeicher, dass Sie eben auch nachts Strom haben, beziehungsweise wenn keine Sonne scheint oder Tageslicht da ist. Und wenn Sie komplett auf Insellösungen gehen wollen, um ganz sicher zu gehen, bräuchten Sie tatsächlich auch noch einen Generator. Aber jetzt die Grundausstattung, diese sechs Solarpanel und der Hybridinverter, das ist das Paket, was Sie bekommen. Es ist wirklich alles nur zusammenzustecken. Der letzte Schritt von dem Hybridinverter zu Ihrem Stromkreis, den sollte dann ein Elektriker machen. Auch hier haben wir wieder ein WLAN-Modul mit eingebaut. Das heißt, ich kann hier auf meinem Handy jederzeit, egal wo ich bin, immer gucken, guck mal, so fließt der Strom gerade, so viel Strom habe ich selber, erzeugt, so viel Strom steht mir noch zur Verfügung und so viel Geld habe ich gespart in Euro und Cent. Das ist der Grund hier eben auch, auf diese Energiewende aufzuspringen, weil der Strom, den Sie hier erzeugen, nichts kostet. Sie haben die Anschaffungskosten, aber jedes Watt, was Sie dann erzeugen, kostet Sie nichts. Und bei Kilowattstundenpreisen heutzutage von, sogar mit Energiepreisbremse liegen wir, glaube ich, bei 40 Prozent mit der Energiepreisbremse, 40 Cent pro Kilowattstunde. Das können Sie selber erzeugen für sich zum Gebrauch. Und dann braucht man vielleicht auch kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, wenn man energiehungrige Geräte da reinsteckt, zum Beispiel eine Klimaanlage jetzt im Sommer. Der Frühling fängt jetzt an. Die große Sonnenzeit, also wo wir lange Tage haben mit viel Sonne, steht unmittelbar bevor. Es ist unglaublich, wie viel Strom Sie damit sparen können, wie viel Geld Sie damit sparen können mit unseren Solaranlagen. Das hier ist diese Hybridanlage, diese Off-Grid-Anlage, mit der Sie sogar eine eigene Insellösung bauen können. Das ist ganz fantastisch, das Angebot, was wir Ihnen hier machen. Es kommt Versandkosten frei zu Ihnen und dann können Sie Teil der Energiewende werden. Ja, es gibt mehrere Gründe, genau, jetzt dieses Projekt zu starten. Erstens mal ist die richtige Jahreszeit. Jetzt kommen die langen Tage, wo man es 100 Prozent ausnutzen kann. Dann sind sie sofort lieferbar. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und Sie haben, wenn Sie es eben privat nutzen, auch hier die Möglichkeit, mit 0 Prozent Mehrwertsteuer, also mit dieser Variante, zu bestellen. Hier haben wir noch mal beide Varianten. Die 19 Prozent Mehrwertsteuervariante ist die ZX 72 62 und die 569. Und wenn für Sie die 0 Prozent Mehrwertsteuervariante in Frage kommt, dann ist die Bestellnummer die MW 10 12 und die 569. Übrigens, in beiden Varianten bekommen Sie exklusiv den Pearl TV Sonderpreis. Jetzt hast du von Stromspeichern gesprochen. Und genau die passenden Stromspeicher haben wir jetzt hier, und zwar ein Zweierset, um die Anlage optimal auszulasten. Ja, wir bieten hier das Zweierset an, Ralf, du hast es richtig gesagt. Aufgrund der Spannung und Strom und Stromstärke ist das die ideale Ergänzung zu Ihrer Hybrid-Solaranlage hier. Zwei dieser Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus bekommen Sie dazu. Modernste Akkutechnologie. Wir haben hier ein Batterie-Management-System eingebaut. Wir haben unglaublich viele Ladezyklen. Wir haben sehr geringe Selbstentladung. All so Sachen, die nicht normal sind bei Batterien, jetzt eben mit dieser modernen Lithium-Eisen-Phosphat-Technologie, ist das was Besonderes. Die können Sie auch kippen. Also es ist keine Gel-Batterie. Unglaublich praktisch. Die ideale Ergänzung für unsere Off-Grid-Hybrid-Solaranlage. Schwieriges Wort, müssen Sie doch nicht merken. Einfach selber bauen. Machen Sie es zu Ihrem Projekt. Ich baue dieses Jahr meinen eigenen Solarpark und die Möglichkeit haben wir. Hier gehören natürlich zu dieser etwas kleineren Anlage, wir haben gleich noch eine größere, zwei dieser Speicher dazu. Dann haben Sie den zweiten Schritt von drei Schritten zu Ihrer Strominsel. Der letzte Schritt wäre dann noch ein Generator. Den lassen wir heute mal außen vor. Vielleicht möchten Sie es ja dann doch mit dem Netzbetreiber machen. Das würde auch gehen. Dann haben Sie wieder keine Strominsel, aber trotzdem Solarenergie für sich arbeiten lassen. Auch hier gibt es natürlich wieder die zwei Mehrwertsteuer-Varianten fürs Zubehör. Das gilt also auch für diese Speicher. So wie Sie die Anlage bestellt haben, so bestellen Sie bitte auch den Speicher. 19 Prozent generell wieder mobil oder gewerblicher Einsatz. ZX 9055 und die 569. Und bei 0 Prozent Mehrwertsteuer ist die Bestellnummer die MW 1060 und die 569. Jetzt haben wir das Ganze in Hybrid aber noch mal eine Stufe größer. Auch hier gilt, wer den Platz dafür hat, sollte auch wirklich jeden Zentimeter, jeden Meter ausnutzen mit Solarenergie. Und dann haben wir jetzt, da hinten steht eine ganze Wand. Und das ist unsere nächste Anlage. Haben Sie vielleicht schon gesehen, hinter uns, das ist keine Dekowante. Das sind die sechs Solarpanel, die Sie mit unserer größten Hybridanlage bekommen. Hier haben Sie mal alle sechs aufgestellt, damit Sie mal eine Idee davon bekommen, wie groß sowas ist. Und es ist einfach fantastisch, was diese Anlage liefert. Wir haben jetzt hier bis zu 3300 Watt Strom, die wir erzeugen. Dieser Strom geht in unseren Hybrid-Inverter. Gleiches Prinzip. Dieser Inverter ist der Manager, der verwaltet den Strom optimal. Das heißt, ich nehme erst die Solarenergie, dann die potenziellen Speicher, die ich noch habe. Erst dann kommt entweder der Netzbetreiber rein oder eben ein Generator, wenn Sie die Insellösung wählen. Es macht auch Sinn, das mit dem Netzbetreiber zu machen, weil jedes Watt, was Sie jetzt hier erzeugen, können Sie selber benutzen. Und erst wenn alles weg ist, wenn alles aufgebraucht ist, dann kommt Ihr Netzbetreiber ins Spiel. Und erst dann müssen Sie den teuren Stromkreis bezahlen. Hier sehen wir mal so ein ganz interessantes Bild. Die Leute bauen ja diese Solarpanel nicht unbedingt aufs Dach. Die bauen die auch auf Gestelle im Garten, an Häuserwänden, egal wo, an Carports, an Garagen. Man kann das überall anbauen. Das muss nicht auf dem Dach sein. Aber das ist ja auch ein sehr, sehr schönes Projekt. Für mich zum Beispiel, jetzt kommt der Frühling, ich kann es kaum abwarten, wieder rauszukommen. Ich habe jetzt mal am Wochenende, habe ich unseren Garten mal wieder umgegraben, die Beete, ganze Unkraut und Laub weggemacht. Das hat richtig Spaß gemacht, mal wieder draußen zu sein. Holen Sie sich so eine Solaranlage, bauen Sie sich die selber auf. Entweder mit so einem selbstgebauten Gestell, wie wir es hier mal sehen, oder egal wo Sie Platz haben. Und dann sind Sie Teil der Energiewende. Sie erzeugen Ihren eigenen Strom und sparen dabei jede Menge Geld. Das ist der Vorteil hier. Man denkt ja eigentlich immer so im ersten Moment, Solaranlagen, die gehören aufs Dach. Sie werden überrascht, wenn Sie wüssten, wie viel Prozent auf dem Boden sind. Und das sieht man auch häufiger. Ich habe erst diese Woche, nee, letzte Woche habe ich es entdeckt, hier bei uns in Dassel in der Hauptstraße sein Haus, da wurden solche Solarpanel eben ebenerdig praktisch auf einem kleinen Holzgestell platziert. Wo Sie die platzieren, ist ganz egal. Hauptsache, Sie gehen den Schritt und nutzen Solarenergie für sich. Sie müssen natürlich entscheiden, ist On-Grid oder Off-Grid die richtige Anlage für Sie. Aber ich glaube, dass wir alle in Solarenergie investieren sollten. Und dass das die Zukunft ist, ist uns allen klar. Wenn es der große Solarpark ist mit fast 15 Quadratmetern inklusive des Hybrid-Inverters, dann notieren Sie bitte folgende Bestellnummern. Entweder nochmal mobil, gewerblicher Einsatz, 19 Prozent Mehrwertsteuer. Dann ist die Bestellnummer die ZX 7263 und die 569. Oder fest eingebaut auf privaten Wohneigentum oder angrenzenden Gebäuden. Dann ist es die 0 Prozent Mehrwertsteuervariante. Und da ist die Bestellnummer die MW 1011 und die 569. Auch zu dieser Anlage brauchen wir natürlich Akkus, Stromspeicher. Und da haben wir auch hier, um diese Anlage optimal auszunutzen, ein Vierer-Set dieser Stromspeicher für Sie. Ja, vier dieser Stromspeicher, die eben den Strom speichern für die Zeit. Wenn nicht die Sonne scheint, wenn kein Tageslicht ist, dass Sie den eben auch in den Abendstunden und nachts benutzen können. Jeder dieser Akku hat eine Kapazität von 1280 Wattstunden. Das reicht die ganze Nacht durch. Die werden eben geladen tagsüber mit dem Strom, den Sie nicht benutzen, von Ihrer Hybrid-Solaranlage. Hier haben wir das Vierer-Set und das ist auch ein super Preis hier. Ich finde das genial, dass man hier diese Stromspeicher dabei hat, dass ich diese Anlage eben nicht nur tagsüber benutzen kann, sondern rund um die Uhr. Und damit haben Sie eine komplette Hybrid-Solaranlage auf-grid bei sich selber installiert mit diesen Speichern. Dann müssen Sie eben noch sehen, ob Sie das vom Energieversorger, den Reststrom nehmen wollen, wenn das mal alle sein sollte, oder mit einem Generator betreiben wollen. Wie gesagt, das liegt bei Ihnen. Ich finde es auch klasse, Reif, dass dieses Zubehör, das ist ja im Prinzip Zubehör, dass bei so einer Solaranlage sogar das Zubehör hier mit der 0%-Mehrwertsteuer zu Ihnen kommen kann. Sie sparen hier richtig Geld durch den TV-Sonderpreis und tatsächlich diese 0%-Mehrwertsteuer-Variante, die wir seit dem 1. Januar diesen Jahres haben. Sie können Besitzer Ihrer eigenen Solaranlage sein. Hier die Hybrid-Anlage mit den Speichern. Finde ich fantastisch, weil wir hier eben sogar nachts in den dunklen Stunden des Tages trotzdem noch Strom haben. Und zwar satt. Ja, hier sehen Sie noch mal beide Bestellnummern für diese vier Akkus. Das ist mit der 19%-Mehrwertsteuer-Variante die ZX9056 und die 569 und mit der 0%-Mehrwertsteuer-Variante die Bestellnummer MW1053 und die 569. Übrigens Lithium-Eisenphosphat-Akkus von mir, die bevorzugte Akkutechnologie. Warum? Hoher Sicherheit, Standard und vor allem auch hohe Umweltverträglichkeit, weil in dieser Technologie wesentlich weniger Schwermetalle eingebaut werden als bei anderen Technologien. Das nur so am Rande. So, jetzt haben Sie einen kleinen Überblick bekommen über On-Grid, also parallel zum Netzbetreiber, Off-Grid, eigene Strominsel. Jetzt entscheiden Sie, was das Richtige für Sie und Ihr Gebäude ist. Und dann handeln Sie. Jetzt ist der optimale Zeitpunkt. Wenn Sie jetzt anfangen aufzubauen und alles ist lieferbar, dann sorgen Sie schon dafür, dass Sie die erste Sonnensaison, die ja jetzt gerade losgeht, schon zu 100% ausnutzen. Und dann umso schneller rentiert sich diese Anlage. Also jetzt ran ans Telefon, alles ist lieferbar und kommt auch in wenigen Taten Porto und Versandkosten frei zu Ihnen.